Aberration ist eine der schwersten Arc Maps überhaupt und ich zeige euch in diesem Video alles was ihr über das DLC wissen müsst. Wenn ich euch mit dem Guide helfen konnte, lasst gerne Like oder Abo da um mich zu unterstützen, das ganze hier war nämlich wirklich viel Arbeit und jetzt viel Spaß euch. Zunächst gehen wir mal die neuen Inhalte durch, die wir durch das DLC bekommen. Nummer 1, die Engramme. Mit Aberration werden etwa 30 neue Engramme eingeführt und ich möchte zumindest die wichtigsten davon mit euch kurz durchgehen. Die Knicklichter, die nicht so wirklich nützlich sind, aber die könnt ihr an eure Mitspieler kleben und denen damit auf den Sack gehen. Die Fischreusen, mit denen könnt ihr Fische für Shadow Mains fangen, vielleicht irgendwann in 2026 oder so oder euren Anglerfisch leichter transportieren. Die Ankerpunkte für Seilrutschen sind relativ nützlich, weil das Fliegen auf der Map nicht möglich ist. Kletterhaken sind auch relativ wichtig, weil es keine Enterhaken gibt. Klippenplattformen sind auch zurück, damit man endlich wieder vernünftige Wände bauen kann. Die Glider-Steam ist auch zurück, das heißt ich sterbe nicht mehr an Fallscharm, wenn ich mal wieder meinen Fallschirm vergessen habe. Der Schutzanzug ist zurück, damit ihr euch im roten Gebiet bewegen könnt und damit ihr euch vor giftigen Pilzen schützen könnt. Die Ladungsklappe ist wieder da, die hält nameless von euch fern und wird durch den Ladungsspeicher betrieben, also das sind so Batterien dafür. Und dann haben wir noch die drei Tech-Items, die Schlafkapsel, wo ihr euch reinlegen könnt und einfach Erfahrungspunkte bekommt. Die Tech Railgun, die eigentlich eine gute Version der Fabricated Sniper sein soll, ist es aber nicht wirklich. Und der Tech Walkdrink-Satel. Und da kommen wir zu Nummer 2, die neuen Mechaniken. Bei einem Erdbeben werden zufällig Gegenstände abgeworfen, die meisten sind ziemlich nutzlos. Diese variieren jedoch nach Gebiet, in dem man sich gerade befindet. Im Startgebiet kann man mit etwas Glück Schwerter und Pistolen finden, im schwierigeren Gebiet sogar Kletterhaken, Stroh, Flinten und Sturmgewehre. Meistens gibt es jedoch nur Holz, Stroh, Steine und Edelsteine. Achtet jedoch darauf, dass sie durch Erdbeben von der Wand heruntergeworfen werden können, wenn ihr Kletterhaken benutzt. Der Tag-Nacht-Zyklus Auf Aberration sind die Tage und Nächte je nach Zyklus unterschiedlich lang. Es gibt Tage, an denen es 90% Tag und 10% Nacht ist und andere, an denen es umgekehrt ist. Es gibt auch einen 50-50-Zyklus. Dies ist absichtlich so gestaltet, damit es sich mehr lohnt, während des 90% Nacht-Zyklus an die Oberfläche zu gehen, da diese nur bei Nacht betreten werden können. Ihr könnt jederzeit in eurem Inventar sehen, welcher Zyklus gerade aktiv ist. Die Pilze Es sind 4 Arten von Pilzen, die als Nahrung dienen und mit jedem könnt ihr ein anderes Schultertier zähmen. Es gibt auch bösartige Pilze, wie den Roten, der euch 12 Sekunden lang ersticken lässt und es sieht alles so aus, als wenn ihr eine Wave-Party feiert. Und die Blauen Pilze lassen euch erfrieren. Bei den Roten könnt ihr vorher Agravic-Pilze essen und bei den Blauen könnt ihr vorher Aquatic-Pilze essen, um euch von dem Effekt zu schützen. Ihr könnt aber auch einfach einen Schutzanzug anziehen, der hilft auch gegen alles. Dann gibt es noch Ladestationen, wo ihr eure Ladungsspeicher aufladen und Elemente craften könnt. Außerdem zählen die als Lichtquelle und können Nameless verscheuchen. Dann gibt es noch Aberrant-Versionen von Tinos, diese haben 4% weniger Leben und machen 6% mehr Schaden und leuchten halt ein bisschen. Nummer 3, die Gefahren Im Startbiom seid ihr relativ sicher und die schlimmsten Dinge, die euch da erwischen können, sind Raptoren und ganz selten Basilisten in der Ecke. Ihr habt hier noch komplett kein Wasser da, ihr müsst euch also mit Pilzen am Leben halten. Die Raptoren sind noch schlimmer als die normalen, weil die haben immer noch die Fähigkeit, euch anzuspringen. Wenn ihr das Startgebiet dann verlasst, dann geht der Spaß jetzt richtig los. Raptoren wollen euch immer noch naschen, Spinos, Karkinos und Sarkos oder in einem Fluss, vielleicht sogar Dinosuchos und Arkeshändet, und man darf die Ravager nicht vergessen, die ein Gefühl überall anspringen und Blutungsschaden machen. Danach geht es weiter ins blaue Biom, da warten Megalosaurus auf euch und die sind fast dauerhaft wach. Nameless, die gehen euch die ganze Zeit auf die Nerven, zumindest wenn ihr kein Leuchttier dabei habt. Und wenn 10 Nameless bei euch rumschwirren, dann beschwören die sogar einen Reaper. Überall sind Aphros, die euch anspucken, Titanobors, die ihr vergiften wollen und natürlich auch hier Ravager und teilweise sogar Rockdrakes. Und dann geht es ins rote Gebiet, wo ihr die besten Ressourcen findet, aber das ist natürlich auch am gefährlichsten. Hier gibt es ohne Ende Spinos, Megalosaurus, Reaper, Reaper Queens, Rockdrakes und Polovia, die euch stunnen wollen. Außerdem nervt euch auch noch Zika. Nummer 4, Ressourcen. Ich wollte euch kurz einen Überblick geben, wo ihr alle Ressourcen findet, die ihr braucht, um überleben zu können. Wir starten mit Stein und Feuerstein ganz normal, wie auf anderen Webs auch, Diodigros und Akylos sind da eure besten Freunde. Es gibt eine neue Art von Holz, nämlich Pilzholz, welches ihr von Bäumen wie auch von großen Pilzen sammeln könnt. Dafür könnt ihr sogar die Royerate benutzen, die jetzt mit Aberration neu hinzugefügt wird. Kristalle sind relativ leicht zu farmen, weil ihr diese bekommt, wenn ihr grüne, rote oder blaue Edelsteine farmt. Die grünen sind im Startgebiet, die blauen sind im blauen Gebiet und die roten im roten, wer hätte es gedacht. Metall ist im einfachen Gebiet relativ schwer zu finden, aber wer ins blaue Gebiet geht, ist komplett reich. Dazu müsst ihr einfach nur diese blauen Steine hier abfarmen und ihr bekommt so viel Metall, also das ist wirklich auch normal. Am einfachsten könnt ihr da farmen mit der Karkinos Akylo Combo. Perlen könnt ihr im einfachen Gebiet im großen See finden oder im blauen Gebiet in den kleinen Seen. Dafür könnt ihr am besten einen Anglerfisch zähmen und einmal durchschwimmen. Podimare ist auf Aberration so einfach zu bekommen wie fast nirgends. Ihr könnt entweder diese Pflanzen hier abfarmen, die schon im blauen Gebiet anfangen oder die Karkin aus dem Fluss wegnaschen. Öl ist dagegen relativ schwer zu bekommen, da sie vor allem im roten Gebiet und an der Oberfläche sind. Falls ihr also fürs Early Game Öl braucht, würde ich Trilo Beats empfehlen oder ihr zähmt euch ein paar Dung Beats und lasst es passiv generieren. Geotoxin könnt ihr mit einem Schutzanzug von den beiden bösen Pilzen, die ich vorher beschrieben habe, abfarmen. Im roten Gebiet könnt ihr auch schwarze Perlen farmen, diese liegen einfach am Boden verteilt. Dann gibt es noch zwei neue Ressourcen, nämlich Gasbälle und Elementerz. Gasbälle bekommt ihr einfach, wenn ihr den Sammler auf eine Quelle stellt und wartet. Und Elementerz gibt es auch im roten Gebiet wie auch an der Oberfläche. Nummer 5, die Aberration Tames. Hier versuche ich euch nur ganz kurz dran zu ändern, wie man die Aberration Dinos zähmt. Ich mache jetzt nicht einen kompletten Dino-Guide für jeden. Die Rowred ist ein Passive Tame und müsst einfach nur Honig hinwerfen, wenn er gerade eingebuddelt ist. Der Basilisk ist auch ein Passive Tame und den müsst ihr einfach nur ein Rocktrack-Ei hinwerfen und der ist das dann. Der Ravager ist ein normaler K.O. Tame. Und die Karkid also soll man mit Steintörn einbauen und am besten mit einem Katapult auf den Rücken schießen. Kanonen gehen auch, machen aber mehr Damage und haben niedrigere Zeheneffizienz. Rockdrinks weiß glaube ich jeder, Eier klauen und das ist schon fast das Schwerste bei Aberration. Und für Reaper müsst ihr eine Reaper Queen finden, diese einbauen, damit Leuchttier auf 10% Leben runterschießen und dich dann schwängern lassen. Dann das Baby in eurem Bauch leveln durchs Kill von Dinos und kurz vor der Geburt komplett einbauen, damit das Baby nicht abhaut. Würde ich das hier im Ausland von Aga klären, die würden denken, ich habe den Schuss nicht gehört. Jetzt Punkt Nummer 6, Caves und Bosse. Die erste Cave findet ihr bei 48,27 und dort findet ihr das Artefakt der Tiefe. Die zweite Cave ist bei 55,65 und dort findet ihr das Artefakt der Schatten. Und die dritte Cave ist bei 80,46 und dort findet ihr das Artefakt des Pierchers. Und damit könnt ihr den Kampf gegen Mockwell starten, der Bosskampf ist relativ schwer, aber wenn ihr Dinos zum Ablenken der Reaper dabei habt und mit der Shotgun auf die Tentakel und Blasen schießt, solltet ihr das easy hinbekommen. Und das war es auch schon von meinem Aberration Guide, ich hoffe ihr habt euch gefallen, ich hoffe ihr habt euch geholfen, wenn ja lasst ein Like, dann lasst ein Abon ab, bis zum nächsten Mal, tschüss!